Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute wird es Zeit für mein Review des Motorola One Vision, den Nachfolger des Motorola One. Das war meiner Meinung nach ja ein ziemlicher Griff ins Klo, zumindest für die UVP von 299 Euro, die Motorola da ursprünglich verlangt hat. Das Motorola One Vision kostet wieder genauso viel, ist aber deutlich besser ausgestattet und eins kann ich schon mal vorwegnehmen, hier hat Motorola diesmal einiges richtig gemacht. Dieses Smartphone ist meiner Meinung nach ein absoluter Geheimtipp. Was ich damit genau meine, verrate ich euch jetzt in den nächsten Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das Motorola One Vision hat auf den ersten Blick einen ziemlich ungewöhnlichen Formfaktor. Trotz eines 6,3 Zoll großen Displays liegt es erstaunlich gut in der Hand. Das liegt einfach daran, dass es das erste Motorola Smartphone mit einem Display im 21 zu 9 Format ist. Dadurch wächst es zwar nochmal in der Länge, ist aber auch merkbar schmaler als die Konkurrenz. Und wie gesagt, es liegt richtig gut in der Hand und zumindest die wichtigsten zwei Drittel des Displays kann man auch gut mit einer Hand erreichen. Auch die Displayränder gehen, wie ich finde, in Ordnung. Ja, mir wäre ein etwas symmetrischeres Design auch lieber und ja, Samsung ist da bei der Mittelklasse schon etwas weiter. Aber gerade Motorola stand eh nie für ein besonders gutes Display-Oberflächenverhältnis. Insofern geht das schon in Ordnung. Einzig das Punchhole, also diese Aussparung, in die die 25 Megapixel Frontkamera integriert wurde, ist wirklich etwas groß geraten. Auch hier zeigt Samsung, wie man das dezenter hätte machen können. Das schon erwähnte 6,3 Zoll große IPS-Display löst übrigens mit 2520 x 1080 deutlich höher auf als das des Vorgängers. Das war dann neben der Haptik ja mein größter Kritikpunkt. Der Rahmen ist mit Kunststoff in Hochglanzoptik überzogen. Darunter befindet sich aber ziemlich sicher Metall. Zumindest fühle sich sehr massiv an. Auf der linken Seite findet ihr den Einschub für entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM und eine Micro SD, mit der der 128 Gigabyte große internen Speicher erweitert werden kann. Für 299 Euro UVP sind 128 Gigabyte Speicher definitiv eine geile Sache. Auf der rechten Seite finden wir dann den leicht straffierten Power-Button sowie die laute Leise-Wippe. Beide sind gut platziert und haben einen ordentlichen Druckpunkt. Auf der Oberseite finden wir dann neben dem 3,5 Millimeter Klinkenanschluss nur noch ein erstes Mikrofon und auf der Unterseite platziert Motorola nebeneinander ein weiteres Mikrofon, den USB-C 2.0-Port sowie den Lautsprecher. Es ist ein Mono-Lautsprecher, der klingt aber überraschend gut. Er ist mehr als ausreichend laut und ist selbst bei voller Lautstärke noch ziemlich druckvoll, ohne irgendwie zu verzehren. Das ist für den Preis absolut in Ordnung. Die Rückseite besteht dann auch aus Corning Gorilla Glass, der nächste Vorteil im Vergleich zum Vorgänger. Da war es ja noch Kunststoff. Das Motorola One Vision ist hervorragend verarbeitet und die Kombination aus Glasrückseite und perfekten Gewicht. Führt irgendwie dazu, dass ich es trotz des Kunststoffrahmens ziemlich gerne in der Hand habe. Es fühlt sich nicht super hochwertig an, aber grundsolide. Auf jeden Fall um Welten besser als Samsungs aktuelle A-Reihe oder das, was Huawei gerade in der Mittelklasse macht. Auf der Rückseite sticht dann sofort die Dual-Kamera hervor. Motorola verbaut eine 48 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von f1.7 und mit einem optischen Bildstabilisator sowie einen zweiten 5 Megapixel-Sensor für Tiefenschärfe-Informationen. Die Kamera schauen wir uns gleich noch an, aber so viel sei schon mal verraten, die hat es wirklich in sich. Da kann ich auch damit leben, dass sie sichtbar aus dem Gehäuse hervorsteht. Darunter befindet sich dann noch ein herkömmlicher Fingerabdrucksensor, der ins Motorola Logo integriert wurde. Er ist extrem zuverlässig und gut zu erfüllen, könnte aber vielleicht noch einen Tick schneller sein. Trotzdem ist mir so eine Lösung tausendmal lieber als ein schlechter und ich betone ein schlechter In-Display-Fingerabdrucksensor. Ansonsten kommt das Motorola One Vision mit Stock Android 9 Pie. Der Sicherheitspatch ist vom Mai. Als Prozessor kommt etwas überraschend der Exynos 9609 von Samsung zum Einsatz. Ein Octa-Core mit maximal 2,2 GHz. Dazu gibt es 4 GB RAM. Das One im Namen verrät schon, dass natürlich auch dieses Gerät wieder Teil des Android One Programms ist. Das garantiert euch zwei Jahre Software und drei Jahre Sicherheitsupdates. Ihr wisst es, ich bin davon ein riesiger Fan. Auch auf dem Motorola One Vision ist natürlich keinerlei Bloatware vorinstalliert. Die typischen Motorola Gesten, also Moto Action und Dinge wie Moto Infos, also ein Inaktivitätsdisplay, sind aber auch hier mit an Bord. Und durch einen Wisch über den Fingerabdrucksensor kann die Benachrichtigungsleiste runtergeholt werden. Das ist bei diesem Seitenverhältnis nützlicher denn je, glaubt mir das. Den Exynos SoC, der das One Vision antreibt, kennen wir eigentlich schon vom Samsung Galaxy A50. Der hier taktet nur etwas niedriger und ist neuer, also der im Motorola One Vision. Die Performance ist wenig überraschend echt gut, das kennen wir so ja von Motorola. Apps starten und schließen ausreichend schnell und das Bedientempo ist auf einem wirklich guten Niveau. Komischerweise hatte ich aber an genau den gleichen Stellen wie beim Galaxy A50, A70 etc. immer mal wieder so leichte Mikro-Guggler. Ein gutes Beispiel dafür ist Scrollen in der Twitter-App. Das ist nichts Bildes, weil es sehr selten vorkommt. Das Moto G7 Plus beispielsweise hatte diese Probleme aber nicht. Mit aktuellen Spielen gibt es dann wieder überhaupt keine Probleme, da überzeugt das One Vision mit guter Grafik und flüssiger Wiedergabe. Aber ja, wenn man an der Ausstattung etwas kritisieren möchte, dann wohl den Prozessor. Der Snapdragon 712 im Xiaomi Mi 9 SE beispielsweise ist stärker einzuschätzen. Aber ganz ehrlich, solange die Performance stimmt und mir die Updates eh garantiert werden, wäre mir das ziemlich egal, denn von einem theoretisch stärkeren Prozessor kann ich mir auch nichts kaufen. Das Display hat mich alles in allem auch überzeugt. Die Auflösung ist mehr als ausreichend, alles wird schön scharf dargestellt. Wie gesagt, eine der größten Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Farbdarstellung und Farbechtheit sind auch in Ordnung. Das Display meines Testgeräts ist aber etwas zu kalt kalibriert. Das dürften die meisten aber vermutlich gar nicht erst sehen. Auch die Helligkeit stimmt diesmal. Selbst im Außeneinsatz kann man das Display gut ablesen. Für den Preis ist das absolut okay. Wenn ich etwas an dem Display zu kritisieren habe, dann ist es aber allenfalls die Ausleuchtung. Die ist nämlich ziemlich ungleichmäßig. Backlight Bleeding gibt es auch teilweise auch im Bereich um die Frontkamera. Das ist ebenfalls nichts Bildes, darf man aber auch für 300 Euro besser erwarten. Das 21 zu 9 Seitenverhältnis hat natürlich Vorteile im Browser oder bei Kinofilmen, die eben genau für dieses Format produziert wurden. Videos im 16 zu 9 Format oder Bilder im 4 zu 3 Format werden hier aber noch mehr zugeschnitten als bei 18 zu 9. Ich persönlich bin davon noch nicht wirklich überzeugt. Nun kommen wir aber endlich zu meinem persönlichen Highlight an diesem Smartphone. Das ist natürlich die Kamera. Die UI ist gewohnt übersichtlich und intuitiv gehalten. Alles wichtige wie ein Portrait Modus, ein manueller Modus und sogar ein Nachtmodus sind mit an Bord. Ich habe zwar eine Weitwinkelkamera vermisst, das macht Motorola aber mit der hervorragenden Bildqualität der Hauptkamera schnell wieder wett. Gute Bildschärfe, tolle Farbwiedergabe und ein für diese Preisklasse erstaunlich guter Dynamikumfang sind so die Punkte, die bei guten Lichtbedingungen für wirklich tolle Aufnahmen sorgen. Auf den ersten Blick sind da auch aktuelle Flaggschiffe kaum besser. Auf einem größeren Monitor fällt dann aber natürlich auf, dass es bei der Bildschärfe schon noch Luft nach oben gibt. Überraschenderweise ist aber auch die Bildqualität bei schlechteren Lichtbedingungen richtig gut, zumindest im Nachtmodus. Hier ist das One Vision deutlich besser als alle anderen Geräte, die ich in dieser Preisklasse bisher getestet habe. Das ist echt eine Ansage. Ja, ein Huawei P30 Pro ist natürlich noch besser, hat aber auch eine mehr als dreimal so hohe UVP. Auch die Aufnahmen der Frontkamera können überzeugen. Farbwiedergabe und Dynamikumfang sind im Vergleich zur Hauptkamera natürlich schlechter, aber für die Preisklasse ist auch die Frontkamera ziemlich gut. Videos können in 4K mit maximal 30 Frames per Second aufgenommen werden und auch hier können sich die Aufnahmen echt sehen lassen. Da profitiert das Gerät enorm vom optischen Bildstabilisator. Empfang und Sprachqualität sind auch absolut zufriedenstellend, da habe ich nichts zu meckern und dann wäre da natürlich noch der Akku. Der hat eine Kapazität von 3500 mAh und sorgt insgesamt für ordentliche Laufzeiten. Ich komme problemlos durch den Tag, das bei so fünf bis maximal sechs Stunden Display-On-Time. Es ist nicht überragend, aber auch definitiv nicht schlecht und dank Fast Charging wird es auch schnell wieder aufgeladen. Einzig Wireless Charging wird nicht unterstützt. Damit sind wir jetzt auch schon wieder fast am Ende dieses Videos angelangt. Vorher folgt aber natürlich erstmal noch mein Fazit und ich beginne mit den Punkten, die mir am Motorola One Vision wirklich gut gefallen haben. Da hätten wir zum einen das Design und die Verarbeitung. Wie gesagt, Glasrückseite wirklich gute Verarbeitung. Es fühlt sich hochwertig an und es liegt vor allem auch gut in der Hand durch dieses Seitenverhältnis. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Das dürfte nicht jedermanns Sache sein, aber es liegt eben wirklich gut in der Hand und lässt sich gut mit einer Hand bedienen, zumindest zwei Drittel vom Display. Der nächste Punkt ist natürlich Android One, also die Software und die Update-Garantie gerade in der Mittelklasse bei 300 Euro UVP, wie ich finde, ein richtig großer Vorteil. Außerdem, und das ist meiner Meinung nach einfach das Highlight an diesem Smartphone, die Kamera. Die ist wirklich hervorragend für den Preis. Ich würde sogar behaupten, wenn wir hochgehen auf 400 Euro. Also außer den Pixel 3a Geräten gibt es da eigentlich kaum was, was momentan mithalten kann. Also das ist schon wirklich, wirklich stark. Der nächste Punkt sind dann wieder viele einzelne zusammengefasst zu einem großen Pluspunkt. Wir haben 128 GB internen Speicher, was alles andere als selbstverständlich ist. Wir haben USB-C, wir haben Fast Charging, wir haben einen guten Fingerabdrucksensor und wir haben wirklich einen guten Lautsprecher. Also das zusammen ist für mich definitiv ein Pluspunkt. Der letzte Punkt ist dann einfach die gute Performance. Wie gesagt, es gibt diese leichten Mikro-Guckler, aber ansonsten ist die Performance wirklich auf einem hohen Niveau. Deshalb will ich das jetzt nicht zu neutral und erst recht nicht zu Kritikpunkten packen. Neutral bewerten würde ich dann wirklich das Display und den Akku. Wie gesagt, beides auf einem ordentlichen Niveau. Könnte aber besser sein. Also jetzt der Akku zum Beispiel, da ist Samsungs A-Reihe, jetzt vor allem das A50 zum Beispiel besser. Gibt natürlich noch andere Geräte und auch beim Display ist Samsung zum Beispiel mit den OLED-Displays einfach besser. Kontrapunkte gibt es wirklich nicht viele. Außer vielleicht die Tatsache, dass das Display etwas schlecht ausgeleuchtet ist, dass wir teilweise leichtes Backlight-Bledding haben. Also das geht auf jeden Fall besser. Und dass dieses Seitenverhältnis, allgemein das Design der Vorderseite auch mit diesem großen Punchhole ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Habe ich unter dem Unboxing ja schon gelesen, meinten auch einige von euch. Wie gesagt, das sollte man sich auf jeden Fall vorher mal klar machen. Also dass dieses Seitenverhältnis halt einfach was Neues ist, am Anfang vielleicht etwas komisch aussieht und Nachteile hat beim Schauen vieler YouTube-Videos von Bildern und so weiter. Wie ich zu Beginn des Videos ja schon angedeutet habe, hat mich das Motorola One Vision wirklich absolut positiv überrascht und ist meiner Meinung nach momentan in der Mittelklasse ein absoluter Geheimtipp. Ich habe aufgrund des Vorgängers einfach nicht besonders viel erwartet, aber vor allem bei der Kamera setzt das Ding im 300 Euro Bereich momentan wirklich Maßstäbe und es hat einfach keine Schwächen. Also zumindest hat es keine großen Schwächen. Nur das Design der Vorderseite oder generell dieser neue Formfaktor, das neue Seitenverhältnis von 21 zu 9 dürfte einfach nicht jedermanns Sache sein. Aber wenn ihr damit leben könnt, dann bekommt ihr hier für momentan etwa 300 Euro und bald vermutlich sogar noch etwas weniger ein hervorragendes Smartphone, das ich wirklich auf ganzer Linie weiterempfehlen kann. Meiner Meinung nach ist es auch das bessere Moto G7 Plus, weil das auch einige unter dem Unboxing gefragt haben. Der schärfste Konkurrent ist aber natürlich, wie schon angesprochen, also zumindest in meinen Augen, das Xiaomi Mi 9 SE. Das hat natürlich ein OLED-Display, es hat außerdem einfach den stärkeren Prozessor und es hat 2 GB mehr RAM. Dafür hat es aber zumindest in der günstigsten Standardversion auch weniger Speicher. Der Speicher kann wie so oft bei Xiaomi nicht erweitert werden. Der Akku ist kleiner und ihr habt hier natürlich auch kein Android One. Und glaubt mir eins, die UI von Xiaomi, also die MIUI, die dürfte definitiv auch nicht jedermanns Sache sein. Und dann bleibt natürlich auch noch das mit der Kamera, also gleicher Sensor hin oder her. Ich bin sehr skeptisch, ob das Xiaomi Mi 9 SE kameratechnisch wirklich mit dem Motorola One Vision mithalten kann. Die Software spielt da ja eine große Rolle, aber davon werde ich mich hoffentlich bald selbst überzeugen können. Also das Xiaomi Mi 9 SE sollte ich sehr, sehr bald bekommen und dann werde ich das natürlich zumindest im Review auch nochmal mit dem Motorola One Vision vergleichen und euch da auf jeden Fall updaten, weil wie gesagt, das sind momentan meiner Meinung nach so in diesem 300 Euro Bereich die beiden schärfsten Konkurrenten. Das war es jetzt aber von dem Video hier gewesen sein. Ich wollte das mit dem Xiaomi Mi 9 SE am Ende nur nochmal ansprechen, weil unter dem Unboxing einfach viele kommentiert haben, ja, ist ja ganz nett, aber mit dem Xiaomi Mi 9 SE kann das auf keinen Fall mithalten. Natürlich vermutlich ohne die beiden Smartphones mal miteinander verglichen zu haben. Habe ich auch noch nicht, werde ich aber dann wie gesagt bald machen. Da bin ich schon gespannt drauf. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.